Wer will mit dir schwimmen gehen? Oh! Oh nein! Nicht die! Oh nein! Nein! Kein Bock hier auch! Best friends forever! Nein! Oh nein! Ich mag auch noch einer von Hülle, der rams mich von hinten. Der mag dich. Der mag dich. Sehr schön, dass er mich so lieb hat, aber ich hab ihn nicht lieb. Einseitige Liebe. Ja? Ja. Sie hat die Lava reingesprungen. Ja, sicher toll, er steht da unten wirklich in der Lava. Aber er lebt. So, so, wow! Krass. Interessant. Ja, das sieht ja schon fast richtig aus. Ja, vor allen Dingen, wie er da runter gesprungen ist. Das soll so sein. Als hätte das so sein sollen, ja. Danger. Munition. Oh Gott. Jetzt kommen wir in die Danger-Zoom. Wenn ich diese Türen schon seh, ja. Ja. Bitte langsamer. Die sind schon älter, wenn sie kaputt gehen. Warnung! Selbstzerstörungsmechanismus der Anlage aktiviert. Ach was! Super! So was hab ich für mich. Alle regionalen sofort evakuieren. Was zum Teufel ist los? Warum ist der Selbstzerstörungsmechanismus aktiv? In den Kontrollraum. Wiederhole. Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter. Mitarbeiter und Zombies. Ja, so kannst du auch sehen. Zack. Oh oh. Mhm. Ja. Das ist doch echt klasse. Ja. Fall über drüber. Komm. Ja klar. Was wir geschafft haben. Hol ihn hinterher. Guck mal, was du bist. Das hat er geschafft mit einer Pistole. Aha. Warte. Die kennen wir. Streber. Hat er die Oberinfrau erobert. Naja, ist so ne kurze Eroberung. Das ist aber da wum. Haha. Wieder wechseln. Ne, vielleicht hat dein Sperrpfeuer doch was gebracht. Ne. Das ist der Karte. Das Mädchen ist bei ihm. Der Polizist wurde als Leon S. Kennedy identifiziert. Er hat bereits Zugang zu den Geheimbereichen und besitzt sicherlich vertrauliche Informationen. Stoppt die Selbstzerstörung und erledigt ihn. Oh, jetzt haben die überhaupt weglatschen. Die Selbstzerstörung kann nicht deaktiviert werden. Wie konnte das passieren? Der Kopf ist euch entkommen und jetzt stöbert er in der Anlage herum. Erledigt sie. Erledigt sie alle. Verstanden. Wir finden Leon Kennedy. Sie sind im Energieraum. Los. Oh Gott. Warnung. Selbstzerstörungsmechanismus der Anlage aktiviert. Ich weiß nicht, man fühlt sich irgendwie wie so die Bösen gerade, oder? Ja, irgendwie komisch. Widerhole. Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter. Ja, der BW, der ist auf meinem... Ach, die Scheiße. Widerhole. Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter. Ich würde mir die Kanister platzen und ihr kommt da gleich raus, ey. Ich riech das schon. Ja, irgendwas. Da ist die Scheiße, ey. Fuck, ey. Wo sag ich? Da oben. Bleibt es mir auch recht. Äh, ich weiß ja nicht. Ich bin hier ganz immer umklappter. Ja, das ist er weg. Ja, Gott. Da kommt noch eins an die nächste Wackel-Dackel. Ja, aber die springen auch hoch. Ja, komm. Ja, komm. Zeit für ein Duell. Na, scheiße. Hahaha. Komm her, Zombie. Ja, wieder einer, hä? Ich sehe hier gerade noch nichts. Naja, aber es hat so geknallt. Ich dachte... Aber ich höre was. Ja, jetzt noch ein bisschen. Oh mein Gott. Ich glaube, wir können das Ziel, glaube ich, einfach durchlaufen. Wir... Ach, du Scheiße. Wir laufen einfach durch. Erklär das mal den... Erklär das mal den B.O.W.s. Hahaha. Die Sache ist nämlich gerade, ich stehe beim Ziel und da sind ein paar Gegner. Mich. Da sind ein paar Gegner. Ja. Ich komm. Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, sind da Wegepunkte drumherum gewesen. Ja, genau das. Scheiße. Klasse. Da gibt es keine Wegepunkte drumherum. Das Ding war ganz wetter. Ja, aber vorhin war das Ziel noch woanders. Bist du lang gerandelt? Erhole. Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter. Na komm, lass mal die Tür stehen, oder? Das wurde ich meine mit Voreis und das Monster. Na, das ist eine schnelle Tür, ja. Das ist immer klar. Zum Glück kommt er nicht nach hier oben. Scheiße. Boah, glaub doch mal um, Junge. Ja. Da haben wir grünes Kraut, der braucht. Ich, ja. Aber ich brauche mal Muni. Keine Munition hier, aber ich sehe eine Brandkanade. Das ist so eine Scheiße, ey. Da kommt keine Munition hier halt. Hm, was haben wir denn hier dahinter? Nichts. Eine Leiter. Ja. Ja, das ist wichtig, dass sie angezeigt wird. Tatsächlich, es gibt hier Leitern in diesem Spiel. Man muss es mal benutzen, ne? Ja. Ja. Oh, ja klar. Oh, nein. Ja, was ist los? Der hat mich direkt angeschwungen. Da kommen gleich zwei. Ja, ich kann nicht zwei, ey. Oh, ich blute. Ich blute. Ja, dann lass du mich riesen anholen. Kommt hoch zur Leiter. Kommt um, Junge, ey. Kommt hoch zur Leiter hier. Schnell. Auf dem Weg. Ah. Ich kann nicht viel werden. Ich hab keine Muni, ey. Ich hab keine Muni, ey. Oh. Oh. Ich schieß mir grad den Weg frei. Ich komm irgendwie nicht so ganz durch. Wiederhole. Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter. Oh, von hinten sind auch noch welche. Ja. Lass dir nicht mal den Weg nach oben angehen. Ja. Guck mal, ey. Alle von freien Spielern müssen da sein, ist ja klar. Ich kletter schon. Okay. Ey, ich hab noch einen Strich neben mir. Ja, super. Kommt ein Zombie angelaufen, ey. Rock mich um. Sie müssen hier reagieren. Ja, die Spur ist ja schön. Ja, kommt alles auf mich zu. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Heute nicht. Danke. Danke. Ja, die Zombies halten doch nicht so viel. Also. Oder angenehm. Die Fliecher, die nach drei Kugeln oder... Ja, nach fünf Kugeln umziehen, ne? Was hier ist ja imitiert. Wulskar wurde aufgelutscht. Ja. Wiederhole. Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Ja, Wulskar ist auch noch das. Ach du Scheiße. Geh, geh, geh. Ich werde alle mit dir. Feine. Kreise Abgang, ja. Und dann. Nächster Versuch, ne? Bleib zusammen, ey. Ja, lass uns mal hier durch die Mitte zu dem Team vorarbeiten. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Wie schnell. Okay. Ah, hier hinten geht's drinnen, ne? Ja, Kostar, hinter dir etwas. Oh Gott. Oh Gott. Ja komm, geh mal vorbei. Ich hab' Pfeck ab. Ja, wir haben hier ein bisschen verlust. Wo ist der Rest? Ja, ich komm doch. Ja, die haben ja gesagt, wir kämpfen uns durch die Mitte durch, Kostar. Ja, ja. Ich komm doch. Was glaubst du, was ich da hinten mach? Ich bin infiziert. Weiß nicht was du machst, aber du machst irgendwas mit Vorheiß, hab ich recht? Ja, genau. Hey, guten Tag, ich mach gleich den Zombie. Was? Ich kümmere mich mal darum. Alles ist wieder gut. Ah, ich bin nicht ein Zombie. Oh Gott! Wo kommt die alle her? Oh, das ist der falsche Weg hier! Ach, du Scheiße! Oh, lecker Arsch, ey! Was sind das für Tünen, ey! Das sind die Speedy-Konzalez-Zombies, ey. Ich hab' wieder fette Legs gehabt, ey. Oh, alles rennt einfach weg. Ja, das Ziel muss dann hier in die Richtung sein, oder? Naja, muss es irgendwie, also... Ich mach mal hier einen Scanner an. Ah, da geht's hin. Irgendein Zombie der... Egal. Kommt hier so ein Blubber-Mensch hier. Oh, ich hab's gewusst, ey. Ich hab's gewusst, ey. Ach, das ist der Titan von vorhin, oder wie der hieß. Oh, der sieht eigentlich ganz nett aus. Ich glaub, mit dem würde ich gern mal Tee trinken. Ja. Es ist hoffnungslos. Wir müssen hier raus. Hier ist ne Hammer drin, ja. Wir lieber ne Hammer haben. Also, wir sind auf einem Aufzug mit großer Munitionsküste. Stimmt nach Endkampf. Auf geht's. Ach, das wird schon keine Endkampf geben. Wir fahren jetzt einfach nach oben, und dann sind wir draußen. Ich glaub, es gibt viele Spiele, wo auf dem Aufzug, wenn man endkampft ist, ne? Boah, das leckt bei mir gerade wieder wie die Sau. Er ist keine Gase einfach. Okay. Wir sind zu Ende nicht. Wer leuchtet denn auf den Zug? Ja, wer ist denn da runter gesprungen von uns? Das sah gerade so aus. Sexy, sein Hintern, was eine Maschine. Gott, ey. Boah. Boah. Wir halten ihn auf. Ja, geht mal auf alle vier Ecken. Du. Okay. Ja, nix der Ecke. Der mag mich nicht. Das war jetzt aber noch nicht, oder? Das war jetzt ein Schock, oder? Er ist weg. Schau uns gerne an. Joa. Ist sauber. Ist aber jetzt mal... Und wir hängen. Ah, der kommt wieder. Ja, lecker. Ja. Guck mal, der schwebt. Zwei Stück. Drei. Oh Gott. Oh Gott. Wo kommen die alle her? Ja. Warum was ich kaputt? Ich muss verdienen. Ja. Die haben's nicht schon viel zu tun. Also die KI überzeugt jetzt nicht hier auf dem Aufzug, wenn ich jetzt bin. Was? Das würde ich doch gar nicht so sehen. Guck dir die Lücke an, die machen absolut gar nichts. Ja. Das hab ich so oft mit meinem Aufzug. Du hast es gar nicht so gemeint. Du hast es gar nicht so gemeint. Ist ja schön. Ist ja sehr schön. Vor-Eis. Stell dich rein. Bitte. Danke. Ja. Oh Mann ey. Du denkst das Abendsherz. Ja, ich liebe sie. Jetzt steht die ja schon wieder da drin. Ist die gerade. Viel Vor-Eis. Du bist schon groß. Das ist ein heißes Reisen das Ding, ey. Ja. Oh.